Hallo YouTube, ich bin jetzt hier gerade dabei ein schönes Video für Sie zu schneiden, was Sie im Verlauf dieses Clips in den nächsten 10-12 Minuten dann hier kennenlernen dürfen. Nur ist mir gerade aufgefallen, es gibt leider keine Anmoderation. Das habe ich hier vergessen, das war hier so eine spontane Idee mit dem Video. Ist ein nettes Heimkino geworden, hat jetzt nicht die eine große Besonderheit, aber in der Summe ist es einerseits trotzdem ein schönes System geworden, in einer interessanten Zusammenstellung, aber zum anderen ist es für die interessant, die einfach mal ein Beispiel dafür wollen, was sie denn für uns für ein Heimkino bekommen, wenn wir bei unserem Mindestbudget reingreifen. Wir haben ja 60.000 Euro, das ist der Startpunkt, ab dem wir Ihnen ein komplettes Heimkino bauen, also praktisch den leeren Raum in ein Heimkino verwandeln. Und das hier war eben so ein Fall, ungefähr in diesem Budgetbereich, und da kriegen Sie eine nette kleine Idee, was man denn da so bekommt. Viel Spaß! Sie merken schon, wir haben jetzt hier kein absolut typisches Hollywood-Zuhause-Heimkino, allein schon hier von der Beleuchtung, geht mal ein bisschen in eine andere Richtung. Wir haben hier die Zutaten, die Sie vielleicht auch schon bei anderen Kinos hier und dort mal gesehen haben. Zunächst mal hier unsere Xpender, Leinwand, Deckensegel. Ich gehe auf manche Punkte sicherlich nachher nochmal ein. Aber das Wichtige, und das möchte ich mit dem Kino-Video hier zeigen, wir haben hier die Sachen so zusammengestellt, dass das Ganze einen vortrefflichen Mix darstellt, aus Heimkino-optimiert, aber trotzdem noch Wohnraum-Flair. Und das, obwohl wir hier nicht mal ein Fenster haben. Das war einfach hier räumlich nicht möglich. Sie können so ein Kino einerseits von uns als Komplett-Heimkino bekommen, ab 60.000 Euro, Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber wir bauen Ihnen sowas oder wir können Ihnen sowas Ähnliches in der Form auch als Tooltime-Heimkino mitverhelfen. Da planen wir das Kino und mit solchen Produkten kann man einfach gucken, wo möchte ich hin? Möchte ich ein bisschen mehr Richtung Heimkino? Was gefällt mir? Was gefällt mir vielleicht noch ein bisschen besser? Und für die Leute, die einfach komplett alles selber planen wollen, können wir auch viele von den Komponenten hier, zum Beispiel die Bespannung oder zum Beispiel auch einzelne Leinwandtücher oder der Teppich, auch ganz normal singulär anbieten über unseren Online-Shop oder, wer das mal live sehen will, über unseren Tooltime-Shop beziehungsweise Heimkino-Baumarkt bei Braunzorn. Das, was wir hier gemacht haben, jetzt wieder hier zum Kino zurückzukommen. Wir haben uns überlegt, wie kriegen wir den Raum so hin, dass er für Heimkino gut funktioniert. Und dafür muss ein Raum grundsätzlich mal möglichst dunkel sein. Es bringt nichts, wenn wir hier irgendwie einen, keine Ahnung, weißen Flucati hinlegen und die ganze Bildqualität nachher absumpft und wir keinen guten Schwarzwert haben. Weil all das, was die Leinwand hier an Licht rauswirft, muss der Raum schlucken. Denn sobald der Raum anfängt, irgendwas wieder zurückzuschmeißen, erhält das wiederum die Leinwand. Und deswegen merkt man hier, haben wir hier einen interessanten Kompromiss gefunden. Kompromiss heißt, es ist nicht perfekt für Restlichte optimiert. Das wäre es, wenn hier ein schwarzer, lichtschluckender Vorhang installiert wäre. Die Kinos kennen Sie von uns und die bauen wir natürlich auch sehr gerne. Aber hier ging es darum, ein bisschen Lockerheit, Offenheit im Kino zu realisieren. Deswegen haben wir hier vorne diese schwarzen Xpender, vor denen ich jetzt hier gerade bei diesem Modul davor stehe. Die haben mehrere Funktionen, kennen Sie auch schon von unseren Videos. Einerseits ist das hier ein akustisches Element, hat integrierte Absorber. Zum Zweiten sind hier auch die Frontlautsprecher installiert. Wir sorgen hier dafür, dass wir hier mit einem schönen Putz eine Wandstruktur haben. Und etwas Ähnliches habe ich Ihnen Anfang des Jahres schon mal bei Dasing gezeigt. Und dann hier mit einem weiteren Xpender Modul, welches auf der Seite fungiert, plus minimal hinten ins Eck geht, dass wir das dann hier mit unseren Open Mind Diffusoren aufwerten, um damit eine warme, holzige Note reinzubringen, zusammen mit einer hochwertigen indirekten Beleuchtung und einer funktionalen Gestaltung. Und mit funktionaler Gestaltung meine ich, dass dieses wunderbare Element gleichzeitig Akustikelement ist. Es fungiert als Lichtspender. Ich komme mir vor wie ein Verkäufer auf einem Hamburger Fischmarkt gerade. Und wir haben, das gibt es noch oben drauf, integrierte Lautsprecher. Das heißt, alles in einem wunderbar versteckt. Und das Schönste ist, bei unserem Firmenlayout bekommen Sie das Ganze ohne dabei zu verarmen. Denn wir haben hier unsere eigenen Lautsprecher drin, die Hollywood Acoustics Universe, die grandios klingen hier an der Passivausführung. Und das Ganze kombiniert mit einer guten Elektronik. Da mache ich mal hier einen kurzen Einblender. Nichts Spannendes. Eine Rotel-Vorstufe, Integra-Endstufe. Sagen wir es ganz ehrlich, die Rotel macht mir momentan noch ziemlich viele Sorgen. Endlich hat der Hersteller eingesehen und mir bestätigt, dass hier ein dicker, fetter Firmware-Bug vorliegt. Bei mindestens zwei Funktionen. Die arbeiten momentan dran. Mit momentan meine ich Anfang September 2019. Ich hoffe, dass schon kurz danach eine neue Software-Version rauskommt. Aktuell stehen wir bei Version 1.5.0. Und die hat so fette Bugs, dass man eigentlich das Gerät nicht mehr guten Gewissens verkaufen kann. Leider haben wir es erst ein bisschen später festgestellt. Im Praxisalltag, was da überall für Minen lauern in dem Ding. Nach einem halben Jahr Kampf mit Rotel haben die auch mal eingesehen, jawohl, wir müssen was machen. Und aktuell arbeitet Rotel in der Entwicklung dran, das Ding so zu programmieren, dass man es voll benutzen kann. Es geht hauptsächlich um Fehler im Bassmanagement und den Lautsprechereinstellungen, die teilweise nicht richtig mitberechnet werden oder falsche Infos etc. Also wenn Sie so ein Gerät haben und sich wundern, dass der Bass viel zu wenig ist, dann brauchen Sie sich nicht wundern, denn da ist einfach ein Bug aktuell noch drin. Und die neue Version, ich schätze mal, die wird dann 1.6.0 sein. Die dürfte das dann hoffentlich endlich beheben. Wir haben jetzt hier einen kleinen Workaround gemacht. Mit einem Makro, bestimmte Einstellung programmiert. Dann läuft das hier, dann klingt das hier. Und in der Kombination eben mit diesen Raumakustikelementen zu fairen Preisen, mit einer sinnvollen Elektronik, mit den guten Lautsprechern, ergibt das hier dieses wunderbare Komplettsystem. Leinwand vorne, 4 Meter breit. Das ist natürlich ein absolutes Gedicht. Und hier haben wir zusammen mit dem Kunden ein Sitzmöbel integriert, welches auch auf Gemütlichkeit geht. Das ist jetzt natürlich was anderes, brauche ich nicht viel zu sagen eigentlich. Ganz anderes Feeling als jetzt klassisch in dem Kinositz. Hat Vorteile, hat Nachteile. Das ist ja einfach zum Rumlümmeln, zum Flacken mit der ganzen Familie. Aber jetzt halt nicht so ganz gerade da sitzen mit Becherhalter, festzementiert auf dem Sweetspot. Das ist halt eher so, ja, laissez-faire, wie der Franzose so schön sagt. Man muss auch ein bisschen aufstehen zwischendrin und Fitness machen. Denn wir haben hier unsere Eye Mask Manual. Mit dieser wunderbaren Maskierungsbedienung hier, stufenlos, flutscht wie warme Butter, macht einen Riesenspaß. Ansonsten vom Grundkonzept her, Sie sehen hier oben ein Deckensegel. Das kennen Sie schon von uns, unser Open Sky Deckensegel. Hier mal wieder schräg gestellt mit integrierten Atmos-Lautsprechern, deren zwei Derivate die restlichen sieben Lautsprecher auf der O-Höhe ergänzen. Und für das Tiefton-Fundament sorgen vier Yellowstone-Subwoofer, unsere Klassiker. Die Dinger haben wir jetzt seit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren. Das sind es vier Jahre, Zeit vergeht so schnell. Auf jeden Fall, das sind unsere absoluten Publikums-Magneten oder Kundenlieblinge. Die Yellowstone-Subwoofer werden gerne gekauft, haben bisher jeden Kunden zufriedengestellt. Das ist das Prinzip mit der Transformer-Bethel-Walt, die hier auch dahinter schlummert. Übrigens ideale Tiefe für das Ganze 80 Zentimeter, weil die Frage häufig kommt. Und dann macht es hier richtig Spaß. Hinten haben wir noch eine kleine Bethel-Walt eingebaut, auch symmetrisch in dem Raum. Und so integriert, dass der Projektor hier durch einen kleinen Schacht durchstrahlen kann, der dann hier mit Lens Memory eben die Leinwand auf Knopfdruck über diese Logitech Harmony-Fernbedienung in das richtige Format drückt. Logitech Harmony, Sie haben richtig gehört, diesmal ausnahmsweise kein Kontroll vor. Denn wir haben hier ein Kino, welches sich an unserem Mindestbudget orientiert. Von ca. 60.000 Euro. Und da haben wir Dinge reingepackt, die aus Preis-Leistungs-Sicht besonders attraktiv sind. Und da muss man klar sagen, hiermit kann man vieles machen. Nicht alles, was Kontroll vor kann natürlich, kein Medienmanagement. Aber für das, was das denn kostet, ist das natürlich auch keine falsche Idee. Okay, genau. Ich glaube, ich bin durch. Ich glaube, das wird das kürzeste Heimkino-Video, weil ich möchte Ihnen jetzt nicht zum fünften Mal erzählen, wie wichtig es natürlich auch ist, dass das Ganze professionell kalibriert wird. Was der Grund ist, warum ich jetzt hier gerade vor Ort bin, nachdem meine Mitarbeiter das Ganze hier schön aufgebaut haben. Und der Kunde hat gesagt, das Kino macht süchtig, hat schon 40 Leute hier gehabt, total begeistert. Und Beamer hat auch schon ein paar hundert Stunden mehr auf der Lampe, obwohl wir das Kino erst vor sechs Monaten gebaut haben. Einfach eine coole Sache. Und wenn Sie so etwas Cooles auch bei sich zu Hause haben wollen oder für Ihr bereits cooles Heimkino noch eine Erweiterung, Ergänzung brauchen, wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Heimkino kennenzulernen, um Ihnen zu neuen cineastischen Weiten zu verhelfen. Danke fürs Reinklinken ins Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss.